Sollen wir hier nochmal die Häuser angucken, das schwarze und das grüne da? Nö, gehen wir mal jetzt in den Bahnhof, oder? Wir haben halt echt noch... Aber was essen müssen wir schon irgendwann. Genau, wir haben noch gar nichts, ey. Und was, ne Wasser wäre auch nicht schlecht. Ich guck mal hier in das grüne Haus rein. Guckt euch das schwarze an, da, wie man da rein kann. Es sind noch sehr viele Häuser. Das waren wir ja nicht schon. Das ist überall nix. Das sehen irgendwie alle gleich aus. Wieder ein Motorradhelm, ne? Oh, ich hab ne Dose. Moment, da oben. Da liegt doch was auf dem Schrank. Da liegt doch ne Art Lappen, aber da kommen wir nicht ran, ne? Naja, doch. Na, dann nimm mal. Kommst du ran? Kurz hat's mal so gezeigt. Naja, das ist der Helm ja links. Den sehe ich. Take Bandana. Bandana hat er da. Das mag ich aber nicht. Du kannst das zerreißen, da kannst du Bandagen machen. I'm starving. I'm starving. Oh, ehrlich. Ja. Welche Farbe hat das Label? Weiß. Was weiß? Ach so, ne. Im Menü ist es, äh, Orang schon, geht in Richtung Rot schon. Ja, super, du brauchst irgendwas zu essen, also wenn man irgendwas findet, müssen wir es dir geben. Okay, dann schnell, äh, über die Straße mal oder übers Gleis in die Häuser. Ne, da kommen wir nicht mehr. Äh, da waren wir doch teilweise schon. Naja, da müssen wir müssen. Na, aber das war doch auf einem anderen Server. Ich gehe mal in das Rote Haus, nicht zu weit weg, sonst finden wir uns nicht mehr wieder. Okay, ich gehe hier in das ganze Linke. Ach, selber, ich glaube, ich habe was gefunden. Okay, ich komme gleich. Hey, wo du bist du das? Ja. Ich nehme mal das. Ich muss das Essen hier mitnehmen, der Silvio was hat. Hier gibt es pinke Tornschuhe. Komm mal zu diesem Roten Haus, da, Silvio. Nein, äh, komm gleich. Du musst dich beeilen, wenn das Rot ist, dann ist es, äh... Hey Silvio, da gibt es ja auch einen trinken, äh... Ah, ich habe auch eine Dose gefunden. Ich esse zu den Fisch. Okay, ich kann meine nicht aufmachen. Hey, da liegt was. Firefighter X. Oh, nimm dir mit, das ist die beste Axt, die es gibt. Hey, das ist cool, noch eine Axt. Ich habe es jetzt mal im Ganzen gegessen, die Dose. Ist okay. Ding, 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 der Axt, Mann. Gibt es hier denn nicht irgendwelche Klamotten noch? Anziehsache. Da liegt noch eine Axt, wo die... Was, wo? Hey, super. Oh, cool, aber ich... Und noch was zu essen. Ich habe jetzt aber was zu essen. Das ist wie... Ich kann nichts mit... Kann man noch beides haben? Ja, ich habe schon was in der Hand, weißt du? Tja, und Munition hätte ich aber... Die habe ich da gerade hingeworfen, weil ich sie nicht mehr tragen kann. Ey, wer hat denn jetzt die Axt genommen? Keiner, die liegt doch noch da. Na doch, du verschiebst die gerade. Hör mal auf, darum zu tanzen. Ich möchte nur hier die Pfirsiche haben. Can of Tactical Bacon, was ist denn das? Ja, habe ich auch gefunden, keine Ahnung. Irgendwie so Militärfutter oder was? Das kann man schon essen. Smoke, Flavor, Added. Oh, das ist was zu essen. Ich nehme es mal mit. Ich mache das mal auf und esse meins auch. Wenn das nicht satt macht. Wetter wird ja immer schlimmer, ey. Ey, nicht weg, renn, Martin. Wir müssen mal beieinander bleiben. Ich weiß gerade nicht, wo ihr seid. Okay, wunderbar. Also jetzt hat jeder eine Axt. Ja, jeder hat eine Waffe. Hey, da liegt ein Schuh dran. Hey, mit dem kann ich doch bestimmt... Ja, ich kann mehr tragen. Einen roten Kinder-Schulranzen hat er am Rücken. Das ist doch egal, ich kann mehr tragen. Ja, dann nimm mal hier die Munition mit, Martin. Lootet alle Häuser. Munition. Juhu. Hier liegt der Munition. Dieser grüne Kasten am Fußball. Oh. Jetzt lagts gerade bei mir ganz furchtbar. Schnell noch looten alles. Goldgrube hier. Warst du hier schon im ersten Stock? Da ist nix. Aber wo ist der Silvio? Äh, ich bin, äh... Ja, ich weiß ungefähr, wo ihr vor uns reingegangen seid. Ich bin nicht weit weg von euch. Ja, aber wenn wir uns jetzt zu sehr verteilen... Ja, ich seh dich, Silvio. Kippst du mir noch, Woody? Ich seh dich ja noch nicht mal. Ich bin vorhin beim Haus warst. Achso, ja, ich, jetzt seh ich dich. Das Silvio ist da drüben. Also der rote Rucksack sagt ja so viel wie, er schieß mich. Seid ihr sicher, dass ihr mich seht? Ich seh euch nicht. Doch, ich hab dich gerade da reingehen sehen, bei dem Gastank. Äh, vielleicht ist das jemand anders. Ich bin nicht... Achso, ja, okay, das seid ihr. Jetzt seh ich euch. Wo warst du denn noch nicht? Also in den Häusern, wo ich hin... Äh, wie sagt man? Ja, genau. Das war ich schon. Da warst du schon dran, okay. Achso, da wo ich jetzt frei bin, da warst du auch schon. Ne, ne. Da ist aber nichts hier dran. Hey, es hat zu regnen aufgehört. Ich würde auch gerne einen Rucksack oder irgendwas finden. Hey, hier ist noch eine Dose. Tja. Also hier liegt noch was in der Getränkedose. Kann ich die Taschenlampe weghauen eigentlich? Ja, schmeiß weg. Ja, das fängt schon wieder aus, wenn ich noch. Ja, können wir die Flaschen auffüllen, ist das super. Ja, Durst hab ich bloß keinen. Ich auch nicht. War hier noch was? Nö. Nö, das ist bloß meine Taschenlampe, die da liegt. Ah. Na gut. Also ich hab jetzt noch eine Büchse zu essen, eine Büchse zu trinken, eine volle Wasserflasche und eine Axt. Da kann man eigentlich... Ja gut, ein bisschen was zu tragen, war schön. Ja, da könnten wir mal diesen Bauernhof suchen. Ich glaube, da gibt es eher Equipment als Essen und so. Hier liegt noch eine Schaufel. Brauchen wir die vielleicht? Nö, kannst du liegen lassen. Oh, oh. Ich hör hier irgendwas. Na, vielleicht hörst du uns. Nein, das hat sich eher noch Zombie aufgenommen. Ja, ich seh was. Achso, jetzt bist du mit dem roten Rucksack. Das ist ein Schuh. Buhle ranzen. Der ist ganz praktisch, der Rucksack. Zombies kannst du jetzt auch einfach umhauen. Gut, dann gehen wir hier lang. Seid ihr jetzt da? Beide? Ja. Servio. Ja, Alter. Moment, was muss ich machen, damit ich wieder rennen kann? Rechtsklick, rechtsklick kurz. Ah, okay. Geh, das ist eine Nerve. Langsam rum. War man da schon. Ist nur eine Mülltonne drin. Oh, eine Zange. Was mache ich denn damit? Gib sie mir. Ich tue sie in den Schulranzen. Also noch kann ich sie nehmen, glaube ich, ja. Hier ist es mal mit, ey. Gut. Okay. Ich glaube, du bist ein bisschen schneller, wenn du die Axt wegsteckst. Ja. Oder am Rücken tust. Ja, wird man. Und wie macht man das? Eins. Muss halt auf deinen Hotbar unten legen. Ich glaube, das ist automatisch. Also wenn ich eins drücke, dann lege ich sie weg. Aber bei mir kann andere sagen, auf der Hotbar. Ist jeder noch. Ja, ich bin noch. Ich habe keinen Durst mehr, aber ein bisschen Hunger kriege ich langsam. Ja, aber mir ist auch schon der Geld. Aber ich habe noch was für Notfall. Ich hoffe, das war auch die Stelle, die ich meine. Naja, also hier kommt er ständig irgendwann. Also hier könnte man auch trinken und Flasche. Also wie würde ich das machen? Du musst ein ganzes Stück ins Wasser rein. Oder welche wie das so glückte Leiche oder was ist denn das? Na, Teerosen. Ja, da kann man einfach Drinkwater machen. Ja, wie denn? Einfach echt. Okay, es wird aber nicht angezeigt, oder? Bei mir schon. Hört man mir auch nicht. Na gut, egal. Ich habe ja keinen Durst. Ich habe ja auch keinen Durst, aber wäre schon interessant. Ja, irgendwann geht das wahrscheinlich nicht mehr. Da musst du das mit so Tabletten sauber machen. Das war es dann, wenn du überhaupt trinken kannst. Das haben sie, glaube ich, noch nicht eingebaut. Ja, ich glaube, das geht nur, wenn man gebückt ist. Ja, das kann sein. Hey, warum bin ich so langsam? Weil wir gerade sprinten. Hier habe ich letztes Mal ein Gewehr gefunden, ohne Munition. Immerhin ein Gewehr. Hey, da hinten steht ein Zombie ganz weit weg noch. Aber aufpassen, dass der uns nicht sieht. Ja, ich gehe schon mal in die Ego-Perspektive. Da spielst du. Also ich laufe ja ständig in der Third Person rum. Ja, mache ich auch beim Lauf. Da sieht man nämlich einfach mehr. Wie scheuten wir da um? Enter. Nun. Enter. Hier ist eine Zange, falls du was in deinem Rucksack tun willst. Wo? Mit dem kleinen Kabuff. Genau. Naja, warum nicht? Also ich bin ja noch in der Nähe. Also pass auf, da irgendwo, da gerade Auswandzombie, der Stadt da rum. Ich sehe es so jetzt nicht. Ja, da steht er, aber das ist noch ein ganzes Stück weg. Ha! Ich habe einen Rucksack gefunden. Sehr gut. War ein riesigen, riesigen Rucksack. Der ist riesig. Geil. Endlich. Schuhe sind da auch. Was ist denn das? Das ist eine Munition. Ey, nimmst du das einfach weg. Ich gucke mir das gerade an. Es war Munition. Den lass doch mal gucken. Silvio, wieso hast du pink die Schuhe? Scheiße kommt, Zombie, Achtung! Hau ihn um. Wie soll man das machen? Immer bis einer. Ich blute. Moment, ich vermitte mich selber, warte. Ich habe ja immer sollte einer und zwar der mit der Feuerwehr-Axt, weil die ist die stärkste. Also, weil wenn zwei gleichzeitig, dann kann es auch böse ausgehen. Ja, okay, bin wieder. Dann gehen wir mal, komm mal da rein. Ich glaube nicht, da kann man, glaube ich, nicht rein. Puh. Das war der Zombie von dahinten. Ja, der steht nicht mehr da. Auf jeden Fall kann ich jetzt irgendwie viel Zeug tragen, wenn wir mal ein bisschen was finden würden. Ja. Das ist gut. Kann man denn in das Ding hier rein? Hoffentlich nicht nur über die Leite. Ne, hier, ah, diese Baugerüste, aber da müsste ein bisschen aufpassen. Also, kann man sein, dass man durchglitscht. Also hier dann hochlangsam. Ich würde aber langsam gehen, genau. Guck mal her, also. Genau, und einer sollte das machen. Nicht, dass wir dann alle abstützen. Hey, ja, da lägen es doch hin. Ein Hammer. Was haben das hier dran? Eine rottene Orange und eine rottene Banane wahrscheinlich. Ja. Können wir vielleicht noch weiter? Wollen wir denn einen Hammer? Warte mal, hier liegt auch noch was. Rottentäter. Eine Berechtstange liegt hier. Brauchen wir die? Ich stecke sie mal ein. Auch zum draufschlagen, ne? Ja, ich glaube, die ist nicht so gut. Und, was gibt es da oben? Hey, ne Machete. Die ist scheiße übrigens. Na toll. Habe ich schon mal ausprobiert, einen Zombie damit zu töten. Da habe ich ungefähr zehn Schläge gebraucht. Dann los ist länger, ne? Ja, lass sie liegen. Die ist irgendwie noch nicht so gut. Uhuhu. Du gefallen, oder? Du fasst. Ei, ei, ei. Oh, echt. Es hat geglitscht. Also hier irgendwo. Was seid ihr denn eigentlich? Was sind wir denn da? In dem Häusel. Genau, wir sind einfach in die Richtung weitergegangen, wo wir die ganze Zeit gehen. Nein. Das andere links, Martin. Er warte ich an, ob man da rein kann. Nein, da haben wir doch schon. Ach so. Und wenn die durch die Leute gekickt haben. Ja, wir haben hier nicht nur doof rumgestanden. Kommst du wieder hier raus auf die Straße, Martin? Da ist nichts. Da ist nichts. Ja, wir haben immer noch ziemlich wenig Essen. Mach mir ein bisschen... Ich komme bewusst demnächst hier. ...bisschen Sorge. Ja, genau. Ja, da vorne kommen wir ein paar Häuser. Da kommen wir aber nicht rein. Da kann man die Müllton nicht durchsuchen. Wir laufen jetzt zu dem Haus hier. Ja, wir laufen alle hinter dir her. Also, ihr müsst ein bisschen gucken, ne? Ihr könnt auch jederzeit Spieler sein. Ah ja. Und langsam werden... Halt schon die Augen offen. Langsam werden wir interessante Ziele. Vor allem, wenn einer mit einem Gewehr hier kommt, dann... Keine Schuhe. Ein Klosett. Muss mal. Ich dachte, wir müssen das Haus rein. Ich finde nicht rein. Durch die Tür. Das ist eine Idee. Was gibt's da drin? Ein blauen Helm. Oh, hier ist... Ah, hier ist ein Ei. Pfirsiche. Hier ist Saline Bag, oder wie das Ding heißt. Salzlösung. Falls man mal Blut verliert. Ne. Und ein Kaugel. Hat noch jemand Hunger? Ja, ich. Oh, ich bin auch so halb hungrig. Ich habe noch ein bisschen Pfirsich hier übrig. Hast du es irgendwo hingetan? Ne, ne? Ja, ich habe es in der Hand. Schmeiß mal ein Pulten. Buch macht keinen Sinn, oder? Nein. Kann man was Sinnvolles machen, ne? Ich sehe es, ja. Oh, ist aber nicht mehr viel drin. Soll ich es aufessen? Na, da war von Haus aus in den Pfählen drin. Also, ist ein bisschen was kaputt gegangen beim Aufmachen mit der Axt. Vorsicht. Da oben wartest du ja schon, oder nicht? Ne. Oh ja. Machen wir das schon. Schaut aus. Reichheitsbriefchen. Buch und blauer Helm liegt da. Okay, kommen wir vielleicht weiter, oder? Ne. Geht das hier nicht auf. Martin? Gleich. Hier ist eine Tür, aber die geht nicht auf. Genau. Okay, aber da ist ein Türsymbol. Ja, das ist nicht. Das ist die Tür einen Stock tiefer. So. Ich so glitt. Ich so glitt. Wohin? Das ist die Stadt schon zu Ende. Oder was auch immer. Ne, verdauern sie mal gekommen, ne? Ja, wir müssen hier. Hier, genau. Gehen wir einfach mal auf die Straße. Auf der Straße ist doch so laut. Ne, also auf der Wiese, auf der Wiese, auf der Wiese, auf der Wiese. Ja, ist schon gut, wenn man sich ein bisschen verteilt, weil es ist kein so einfaches Ziel. Aber schon die Straße laufen, oder wie? Ey, was steht hier? Ja, entlang der Straße, genau. Ist das ein Ortsschild gewesen? Ne, ne? Ne. Was ist wie so ein Wanderschild? Ich glaube, wir laufen jetzt Richtung Dolina, das ist auch ein Krankenhaus, da gibt es meistens auch gutes Equipment. Was, Dolina? Sehe ich gar nicht damit. Ja, wenn wir von Solnitschi aus sind wir anscheinend nach Westen gelaufen, dann müsste das Dolina sein, wenn die Straße langlaufen. Der Martin rennt so schnell. Martin, wir wollten nicht volle Esserin. Und zusammenbleiben am Meer. Was ist denn da unten? Ach, ihr wisst, dass ihr, wenn ihr die rechte Maustaste gedrückt haltet, zoomen könnt? Ja. Gut. Wie dabei alles ruhig ist. Mein Typ ist voll am Keuchen. Ja, dich höre ich auch mal, die Tussi hier, die sagt gar nichts. Nur wenn sie sich ein Bein bricht, dann jammert sie. Voll die Mega-Ausdauer, die Tussi hier, oder was? Marathon-Läuferin. Das ist der Kenianer, Sankt man. Also mein Charakter ist eindeutig der Modischste mit seiner Brille und der Mütze. Nein, ich mit dem roten Broxer. Sieht aus wie ein Schulkind. Ja. Wie ein modisches Schulkind. Ich gehe mal rechts in das Haus. Okay. Sollen wir das nächste Haus nehmen hier? Oder? Ja. Aber viel weiter sollten wir uns da nicht aufteilen, ne? Dann wird es unübersichtlich. Geh doch rein, Martin. Ach, hier ist noch eine Dose zu trinken. Hier gibt es nichts. Oh, ich habe ein Zombie gehört. Was? Nichts. Geh mal lieber raus. Ja, bitte. Nicht, dass er hier durchklitscht. Das ist der Martin. Also, falls jemand sehr viel Hunger kriegt, ich habe eine Dose Pepsi gefunden. Ja, die macht das satt. Ich habe auch noch Bier. Die macht das satt. Ja, Bier ist auch gut, das macht das satt. Also, ich habe noch so was zu essen, aber ich bin auch schon wieder im Orangenbereich. Hier ist noch eine Axt. Ich nehme die mal als Ersatz mit. Okay. Gut, dann gehen wir mal zum Nächsten. Das ist der Zombie jetzt um die Ecke kommt. Wo ist denn der Martin? Ach, der ist da rechts, okay. Schön, was gehört, aber das kann. Eine Pepsi, oder? Ja, Pepsi. Ne, Nota Cola Classic. Oh, auch gut. Ja, ich habe keinen Platz mehr. Dann, ich kann sie mitnehmen, ja. Könntest du auch trinken, aber ich lasse mal. Wenn du Hunger hast, dann trink die doch gleich, Silvio. Na gut, dann trinke ich sie. Aber dann ist sie, die gibt ja auch ein bisschen, weil da Zucker drin ist anscheinend. Fängt das schon wieder an zu regnen. Hört man mir nicht. Also, hat gerade gedonnert, sagen wir. Dann hört wieder nichts von Martin, das macht mir mal Sorgen. Äh, ich bin, bin in dem Haus. Ah, okay, dem Haus. Ja, in dem eine. Ja, ich bin hinterher raus, das gibt es aber nicht. An dem da wahrscheinlich. Dann sollte sich die Farben angewöhnen, genau das Rote. Dann weiter zum Grünen, hä? Mhm.